unsere augen sind präzise arbeitende hightech sinnesorgane und sie sind empfindlich eine besondere pflege benötigen sie aber nicht damit sie möglichst lange funktionstüchtig bleiben musst du sie auch nicht schonen du solltest aber ein paar dinge beachten um deine sehfähigkeit zu fördern und lange zu erhalten in diesem video werde ich dir erklären wie du deine augen schützen und sie ein leben lang gesund halten kannst außerdem sage ich dir was du tun kannst um gefährliche augenerkrankung die im schlimmsten fall zur erblindung führen können frühzeitig zu erkennen was ist wichtig für gesunde augen besonders schädlich für unsere augen sind uv strahlen es ist daher wichtig dass du deine augen gut vor intensivem sonnenlicht schützt viele augenerkrankungen beginnen schleichen du bemerkst sie zunächst gar nicht deshalb solltest du deine augen regelmäßig von einer augenärztin oder einem augenarzt kontrollieren lassen rechtzeitig erkannt lassen sich viele augenerkrankungen gut behandeln das risiko für viele augenerkrankungen kannst du auch durch deinen lebensstil beeinflussen eine ausgewogene ernährung die reich an vitaminen ist tut deinen augen gut das gilt auch für körperliche bewegung ein aktiver lebensstil mit regelmäßigem sport fördert die durchblutung im gesamten körper und sie sorgt schließlich dafür dass die empfindlichen zellen in deinen augen gut mit sauerstoff und allen wichtigen nährstoffen versorgt werden wie kannst du deine augen schützen die uv strahlen des sonnenlichts können nicht nur einen sonnenbrand verursachen sie können auch die linsen unserer augen und die netzhaut im augeninneren dauerhaft schädigen deswegen niemals direkt in die sonne schauen aber auch das indirekte licht was über den tag hinweg in unsere augen gelangt kann die augen schädigen das passiert dann schleichend und es tut auch nicht weh einschränkungen deines sehvermögens bemerkst du daher in der regel erst nach vielen jahren und deshalb ist es so wichtig die augen wirkungsvoll vor uv strahlen zu schützen das geht zum glück ganz einfach und zwar durch den kauf einer geeigneten sonnenbrille aus ärztlicher sicht kommt es dabei aber nicht auf das design an ob die brille cool aussieht ist für deine augen unerheblich entscheidend für den augenschutz ist die qualität der brillengläser eine gute sonnenbrille hat einen garantierten uv schutz und schützt die augen vor intensiver uv strahlung das ist ihre wichtigste eigenschaft um langfristige schäden zu verhindern wenn diese garantie fehlt finger weg von der tönung der gläser kann man übrigens nicht auf den uv schutz schließen dunkle gläser lassen einfach weniger licht durch als hellere es ist grundsätzlich schwierig die qualität einer sonnenbrille einzuschätzen das ce kennzeichen auf der bügelinnenseite gibt lediglich an dass die brille den grundlegenden sicherheitsanforderungen der eu entspricht wenn du sicher sein willst solltest du deine sonnenbrille im fachhandel kaufen bei der wahl deiner sonnenbrille solltest du auch folgendes beachten die brille muss zu deinem gesicht passen um wirksam schutz zu bieten muss eine sonnenbrille die augen optimal abdecken achte darauf dass die gläser mindestens bis zu den augenbrauen und seitlich zum gesichtsrand reichen was sollte man bei der sonnenbrille beachten die gläser von qualität sonnenbrillen werden anhand ihrer lichtdurchlässigkeit in blendschutz kategorien eingeteilt diese einteilung hilft dir für jeden einsatzzweck die richtige sonnenbrille zu finden die angabe der jeweiligen blend schutz kategorie sollte sich immer an der innenseite der bügel befinden sie reicht von 0 bis 4 blend schutz kategorie 0 bedeutet dass die gläser 80 bis 100 prozent des lichts durchlassen das ist dann ein sehr heller filter eine solche brille solltest du nur abends tragen blend schutz kategorie 1 bezeichnet brillen mit einer lichtdurchlässigkeit von 43 bis 80 prozent das ist ein heller bis mittelstarker filter eine solche sonnenbrille ist ganz gut geeignet für bedeckte tage und den alltag in der stadt wenn du eine universalbrille für den sommer in deutschland suchst solltest du zur kategorie 2 greifen diese gläser lassen nur 18 bis 43 prozent des lichts durch dank ihrer dunklen gläser sind sie der ideale augenschutz für sommertage bei uns am strand auf hellen wasserflächen oder in den bergen solltest du aber besser zunächst höheren blend schutz kategorie greifen ebenso beim sommerurlaub im süden sonnenbrillen der kategorie 3 sind sehr dunkel sie lassen nur noch acht bis 18 prozent des lichts durch mehr schutz bieten nur noch brillen der kategorie 4 ihre lichtdurchlässigkeit liegt nur noch bei drei bis acht prozent sie sind extrem dunkel mit einer solchen brille bist du im hochgebirge und bei gletschertouren gut ausgestattet auf keinen fall solltest du dich aber mit einer solchen brille an steuer setzen oder sonst wie am straßenverkehr teilnehmen aber wann geht es zum regelmäßigen checkup in die praxis mit der wahl der richtigen sonnenbrille hast du schon viel getan um schäden von deinen augen abzuwenden viele augenerkrankungen haben aber ursachen die nicht von außen kommen und die mit einer sonnenbrille auch nicht verhindert werden können um augenerkrankung rechtzeitig also im frühstadium erkennen zu können solltest du regelmäßig zum checkup in die praxis einer augenärztin oder eines augenarztes gehen das gibt dir sicherheit und es erhöht die chancen dich im falle einer erkrankung erfolgreich behandeln zu können dass die sehkraft bei vielen menschen mit dem älter werden nachlässt ist normal mit dem älter werden steigt aber auch das risiko für augenerkrankungen zudem haben manche menschen aufgrund von vorerkrankungen ein höheres risiko für bestimmte augenerkrankungen der berufsverband der augenärzte deutschlands empfiehlt daher die folgenden vorsorgeuntersuchungen menschen mit diabetes die noch nicht wegen einer sogenannten retinopathie behandelt werden sollten mindestens alle zwei jahre zur augenärztin oder zum augenarzt bei einem erhöhten risiko oder wenn die risikofaktoren nicht bekannt sind auch jährlich kurzsichtige ab einer brillenstärke von drei dioptrien sollten sich unbedingt auch mal die netzhaut untersuchen lassen nur so lassen sich mögliche netzhautablösung rechtzeitig erkennen auch diese empfehlung ist unabhängig vom alter wer am straßenverkehr teilnimmt und über 40 ist sollte regelmäßig zum augencheck so lassen sich viele gefahrensituationen verhindern sehr wichtig ist auch das sogenannte glaukom screen das risiko für ein glaukom steigt mit höherem lebensalter an alle ab 40 soll daher mindestens einmal alle fünf jahre ab dem alter von 60 jahren alle zwei bis drei jahre zur screening untersuchung in eine augenärztliche praxis gehen wenn risikofaktoren vorliegen auch schon vorher und häufiger beispielsweise wenn deine eltern oder geschwister bereits ein glaukom haben oder wenn du stark kurzsichtig bist auch menschen mit dunkler hautfarbe oder lateinamerikanischer abstammung tragen ein erhöhtes risiko für ein glaukom eine andere weit verbreitete augenerkrankung ist die altersabhängige makuladegeneration kurz amd das risiko für eine amd steigt mit zunehmendem alter das amd screening in der augenärztlichen praxis wird allen ab 60 empfohlen die letzte empfehlung für eine vorsorgende augenuntersuchung betrifft die ganz jungen bei allen kleinen kindern sollte in den ersten dreieinhalb lebensjahren durch eine augenärztin oder einen augenarzt geprüft werden ob die kinder fehlsichtig sind oder schielen bei bekannter fehlsichtigkeit in der familie oder einer frühgeburt sollte diese untersuchung bereits nach rund sechs monaten durchgeführt werden wenn dir das video gefallen hat lass uns einen daumen nach oben da abonniere den kanal und aktiviere die glocke um keine videos mehr zu verpassen